Wenn Sie gut hören, sind Sie leistungsfähig. Mein Name ist Dr. Manfred Stressle. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe nach vielen Jahren Klinik, Anwesenheit und eigener Praxis. Ich spezialisierte mich seit fast 30 Jahren auf die Früherkennungsuntersuchungen. Und wenn ich diese Gesundheits-Check-Ups, nennen wir es mal so, Untersuchungen mache, gehen wir in einem Kapitel immer die Organe von oben bis unten bei dem zu Untersuchenden durch. Und ganz oben kommen als erstes die Sinnesorgane, Hören und Sehen. Und das besprechen wir ausführlich. Und da versuche ich, die Menschen auch zu sensibilisieren und sagen, das Hörvermögen ist enorm wichtig. Wenn Sie ein Diagnostizieren-Hörverlust haben, dann ist natürlich die gängigste Methode und die sinnvollste und beste ein Hörgerät. Aber es ist ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil das einfach noch so ein bisschen Hören, ja, Hörgerät, nee, also weiß ich nicht, das versuche ich, den Menschen etwas auszureden und gehe mit gutem Beispiel voran, weil ich hatte das Problem auch, habe seit einem Jahr ein Hörgerät, bin sehr zufrieden. Gutes Hören führt zu einer emotionalen Zufriedenheit, Wichtig im Sozialleben, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, das Gefühl der Verbundenheit. Ein gutes Hörvermögen verbessert die kommunikative Funktion. Wenn Sie zum Beispiel im Meeting sind und die Hälfte nicht verstehen oder sich sehr schwer tun und angestrengt sich nach rechts und links beugen, je nachdem, wie viele am Tisch sitzen, dann beeinträchtigt es natürlich auch Ihre Möglichkeit, einen gescheiten Beitrag zu liefern, wenn Sie die Hälfte nicht verstanden haben. Und das stresst. Und auf Dauer ist dieser Stress absolut gefährlich für das Hörvermögen unter anderem. Das gute Hören kann dazu beitragen, weniger Stress zu haben. Wenn Sie weniger Stress haben, dann sind Sie entspannter und aufmerksamer und müssen sich nicht anstrengen. 40 Prozent der Deutschen geben an, dass sie Schlafstörungen haben. Das sind jetzt nicht alles wegen Hörminderung, aber das ist eine Menge. Wer gut hört, der schläft besser, weil Hörminderung damit verbunden ist, dass man bestimmte Nebengeräusche nicht abfiltern kann. Das ist dann leider nicht möglich. Und das führt dazu, dass man schlechter zum Beispiel einschläft, weil diese Nebengeräusche stören sind und weil der Schlaf nicht so erholsam ist. Wer gut hört, ist sicher unterwegs, weil bei einer Hörminderung Sie bestimmte Dinge nicht wahrnehmen können, weil Sie es nicht hören und damit die Gefährdung zum Beispiel im Straßenverkehr deutlich erhöht ist. Wenn Sie gut hören, sind Sie leistungsfähig. Je früher Sie es erkennen, desto schneller gewinnen Sie Ihre Leistungsfähigkeit und all die positiven Dinge, desto schneller kriegen Sie das zurück. Und wenn man die Leute ein bisschen aufklärt, wenn die sagen, das ist so alt, dann sage ich denen, wissen Sie was, wenn Sie nichts machen, dann sind Sie noch viel älter. Ja, also Hörgeräte sind beste Investitionen in die Zukunft, in die mentale, emotionale und auch physikalische Wohlbefinden. Dafür ist ein Hörgerät absolut geeignet und sinnvoll und ich würde Sie jedem raten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020